Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Aachen. 1900 wird das Objekt erbaut. Das Objekt verfügt über 16 Parkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 1231 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 300.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017